The Headphone Singers Es gibt zwei Teams. Kegi ist wirklich sein Team. Shirin ist Ziegli. Hier sind Songs drauf. Jeder von uns legt den Kopfhörer an. Das wird richtig peinlich. Er singt an der Sommer das, was er hört. Sein Teamkollege muss erraten, welcher Song es ist. Ich selber habe keine Ahnung, was drauf ist. Das sagst du jedes Mal. Schwegler muss anfangen. Ich muss herausfinden. Zum Beweis. Wir sehen keine Einzelheiten, wer die Kamera einfangen kann. Wir sehen keine Einzelheiten, was da für Songs drauf sind. Da steht Eckli, Kegi, Shirinzi, Schwegler. Du kannst das bestätigen. Das ist korrekt. Keine Songtitel. Für unseres Team. Also Schwegler. Das ist noch wichtig. Du singst etwas. Alles ist laut. Das, was ich höre, muss ich singen. Das, was ich höre, muss ich singen. Es war so ein super Klangmusik, die fremd und südlich war. Oh, das ist Udo Jürgens. Als ich mich sah, stand einer auf und laut mich ein. Griechischer Wein. Ja? Ja? Richtig. Das ist doch nicht so stark. Das ist doch nicht so stark. Aber wenn du es jetzt kennst, das ist jetzt mit Schlagerpaar. Ja, das ist mit Schlagerpaar. Aber sie. Pizze. Es ist wirklich einfach zu sein. Es ist auch einfach zu sein. Nein, nein, nein. Es ist wirklich einfach zu sein. Es ist wirklich einfach zu sein. Nein, sorry. Weisst du? Nein. Gut, ich als alter Schlager bin. Ich habe den Text. Keine Ahnung. Nein, keine Ahnung. So. Aber gut. Kegi, wie hast du abgeschnitten in der Schule? Musikalisch? Äh, gut. Aber es ist lange her. Ich habe keine Ahnung, ob es kommt. Bist du bereit? Schwäglisch, sag etwas. Er singt noch nichts. Wir warten ein wenig, weil der Refrain kommt und den kenne ich. The winner takes it all, Queen. We are the champions. The loser standing small. Gut, langsam, wir hören auf. Du hast gesagt, der winner takes it all, Queen. The winner takes it all, Queen. Aber, stimmt. Der Song stimmt. Muss dann... Hat er jetzt mehr über gesagt? Nein, er hat Queen gesagt. Ich glaube, er hat auch über gesagt. Ich habe auch über gehört. Ich habe auch über gehört. Ich habe auch über Queen gesagt. Ich habe auch über Queen gesagt. Ich habe auch über Queen gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe auch über Queen gehört. 2 zu 0 vorgelegt. Der hat Queen gesagt. Du hast Queen gesagt. Jetzt musst du... We are the champions. Das ist aber nicht. Das ist Queen gesagt. Queen. Aber... Die weiß ich nicht. 2 zu 0. Sorry. Jetzt werden wir einfach gelinkt da. He? Ja. Also. Du bist bereit. Zähl auf Schüsse. Jetzt kommt wirklich ein schwieriger. Celebration. It's a broadcast. Cool in the gang. Celebration. Sing. Und we are the ones out. We are the guys. I know. Darf ich protest? Oh, der Können ja nicht. Well. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. It goes back. When it goes back. Sch*****. Da habe ich sogar engstenschlägt, vielleicht nicht so genug deutlich. Ich finde, du hast das super gemacht. Du weisst, jetzt hast du einfach nichts gesehen. Ja, ich weiss, aber ich war da hinten dran. Wir haben ja eh schon verloren. Ja, aber jetzt hilft uns ja nicht. Die anderen hilft uns nicht. Du hast jetzt noch ein Highlight. Das freuen wir uns am meisten. Ich warte einfach. Du weisst, was du weisst. Es ist nicht einfach wieder reingekommen. Baby, baby, I did it again. Britney Spears. Baby, oder wie heisst die? Ups, I did it again, genau. Wir können nur eine Halbe geben. 2 zu 1 Adolf hat sie herausgefunden. Und zum Glück ist das Spiel fertig. 2 zu 1 Sieg für das Team Kessler. Sorry. Endlich. Dann haben wir mal was los. Ja, genau.